Es kann ja nicht so schwer sein zu finden. Hier sind vier Mann, vier Ecken. In der Meinung gewesen ich hatte hier was gesehen. Doch da, Gott sei Dank. Juhu, wir haben es. Es ist vollbracht. Öffne deinen Tresor, wenn du wieder in deiner Heimatbasis bist. Bis zum nächsten Mal, Kommandant. Okay, jetzt kommen wir uns auch in den Westkommandant. Warte, ich lieber nicht. Passt auf, die Festung wird angegriffen. Hätten wir bloß Waffen mitgenommen. Die Festung, wo wir angegriffen, heißt wahrscheinlich nur ein Bauelement oder so. Die geht immer noch nix. Was? Vielleicht generell einfach mal was stärkeres. Schaden 180. Die hat 180. Die hat halt nicht so viel. Das ist ja gar nicht meine, oder? Doppelhieb. Doppelhieb. Was bist du? Schauschützengewehr. Wie ist denn so ein Schauschützgewehr? Nicht mal mehr hier so schwer daher. Ja. Die Stellplätze, ich möchte die jetzt eigentlich verbinden. Ah, sorry. Sturmdaten wurden auf deine Minimap übertragen. Errichte rund um den Bus Verteidigungsanlagen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. Und wir quälen sie ab, weil wir diesen scheiß Stadt nicht ewig machen konnten. So müssen wir dahin. Sollen wir mal losliegen. Wer nicht will, der hat schon. Sollen wir mal losliegen. Wer nicht will, der hat schon. Komm, wir bauen auch mal ein bisschen. Das müssen wir nur mal verändern. Das müssen wir mal losliegen. Ach, verdammt. So. Weiträumig absperren. Hier kommt eh keiner durch. Das ist nur noch hier, ne? Ops. Holz. Äh, Holz zieht aber nicht aus. Oh, das ist wahrscheinlich nicht ein Postig. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Haben Sie hier. Und sehen hier? Ich bin hier. Ich bin hier. Dann müssen wir hier mal anfangen. Ah, schön mit Ecktreppe, hast du schön gemacht. Komm, gib Gummi, Alter, ich will anfangen. Verteidige den Bus. Endlich. Nicht einfach zu, wir haben einen Bonus im Spiel. Schießen, stecken oder reparieren. Irgendwas. Nicht mit mir. Du bist in der Gäste. Lassen Sie sich Zeit. Du bist in der Gäste. Warte. Wo kommen sie alle? Warum kommen die alle von unten? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ja. Da kommt noch mehr. Kämpft weiter. Nur noch 30 Sekunden. Komm, ich verteidige fleißig uns. Sollte man mir auch anrechnen. Läuft. Warum hast du einen Schmetterling? Nicht schlecht. Wir brauchen nur noch etwas mehr Blue Glow. Blue Glow hinzufügen und zum Verteidigen des Busses bereit machen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. So können wir hier irgendwo reparieren. Weg! Oh, Taschen sind eh gut voll. Da können wir noch ein bisschen was loswerden. Überprüfe deine Karte nach neuen Infos zum Sturm. Aktiviere die letzte Abschusssequenz, wenn du bereit bist. Verteidige den Bus. Wir haben einen Bonus im Spiel. Was ist der Bonus? Das kommt noch an den Einen Seiten. Ich sage zu viel, ne? Der ist auch die Dünse. Ich kann jetzt. Das ist auch das. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das einfach mal machen. Ich kann das nicht unbedingt machen. Nein. Um einsetzen. Er wird nicht wie für sie. Es ist einfach nur für das. Gute Frage, nächste Frage, ich weiß nicht wo die rein sind. Kommen wir noch 2 Minuten, dann klappen wir schon noch. Ist irgendwo einer durch. Komm schon mal hier, Alter. Ist schon klar, dass die das hier gleich fertig machen. Nichts mehr hier mit Spaß. So. Ach, ich bin wirklich ja fett, wannst. Wir nehmen Schaden. Da muss keiner, oder? Nee. Komm hier, noch 50 Sekunden. Komm, das sieht gut aus. Du warst wundervoll. Geh keine Schleim rein, bitte. Ja. Sehr cool. Ich bin jetzt wahrscheinlich echt mit der Letzte. Das weiß ich, aber das ist unwichtig. Komm, gib mir die. Da. Mal Kampf, super. Ja gut, der ist echt Hardcore, Alter. Aber so echt mit gut dabei. Nee, der genau. Dann haben wir hier Gebäude. Sind wir auch nicht schlecht mit unseren paar Zäunen. Gerät. Aber natürlich das Beste. Cool. Oh, wow. Die letzte Kiste ist das dann, oder? So. War, äh, ja, ne lustige Runde. Wird wahrscheinlich auch wieder geteilt, das ganze Ding. War klar. Aber diese Missionen brauchen halt immer ein bisschen länger. Deswegen kann ich mit Leben. Ich hoffe ihr auch. Wir schauen noch mal ganz kurz in die Dings rein. Level 5 Kiste. Jetzt haben wir hier Umwandler-Skizze. Missions erfüllt Phase 2. Noch nie zuvor. Und ein Lama. Gucken wir doch erstmal. Äh, hier rein. Weißt du was? Ich... Achtung Höhen! Achtung Höhen! Achtung Höhen! Achtung Höhen! Achtung Höhen! Hier geht aber wahrscheinlich noch was. Wiederverwertbare Aufrüstung. So, mehr haben wir nicht. Die geht auch nicht mehr. Waffenlager. Die können wir immer noch nicht mehr herstellen. Die hat natürlich um einiges mehr Schalten. Deswegen werden wir die jetzt hier mal langsam fabrizieren. So. Äh, alle Verteidiger sind ja klar. Der ist neu. Ich wollte aber erstmal hier hin. Geht halt noch nicht. Wo war denn das? Okay, komm. Wir machen jetzt hier einen kleinen Break. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Danke! Bis dahin! Berlin 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 Vielen Dank.